Fetter Beat. Oh! Ey! Was soll das denn? Ach du Kacke, da wird man doch voll bekloppt. Oh, man muss hier schnell durchspringen. Es klappt. Twisted Show, ja? Ganz... Huuuuh! Huuuuhuuhu! Nicht mit mir! Ich bin flink wie ein Wiesel. Mich kriegt der nicht. Hier kommt doch gleich irgendwo was rausgekackt, oder nicht? Play with me forever! Ach du Kacke... Oh, nö, mit dir will ich nicht spielen. Hui! Oh! Ach du Boah! Alter, da wird einem doch schlecht. Uuh! Alter, das ist ja Augenkrebs Deluxe. Hühnchen! Weggesperrte kleine Hühnchen! Knapp, knapp. Eine knappe Kiste hier. Da kann ich doch drüber hopsen. Nö, 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 nö. Wo muss ich überhaupt hin? Ist da noch irgendwas hinten? Ah, wegen den Dosen. Ah, die hole ich mir auch noch. Komm. Das kann doch nicht so schwer sein, hier durchzukommen, oder? Die haben ja noch... Haarscharf. Genug Platz. Alter! Ey, das... Boah! Das war voll fies. Ey, damit hätte ich rechnen sollen. Ich dachte nicht, dass der so schnell kommt. Autsch. Und dann halt so. So bin ich eh, glaube ich, irgendwie besser. Aua. Gib dir mir jetzt noch eine... Kopfnuss! Ey, lass das! Lass mich durch! Au! Au, au! Manu, die sind gemein! Ja, auch in mich! Okay. Langsam zerstückeln wir unsere Körper. Okay. Jetzt aber. Guck mal, wie schön das geht. Wenn man ein bisschen aufpasst, klappt alles. Oh! Ich bin durch! Geil! Jetzt bloß nicht verkacken. Wo muss ich überhaupt... Okay, hier komme ich ja ganz leicht drüber gejumpt. Hier hinten durch. Alles. Ach, sieh mal an! Hier ist so ein kleines Messer. Das hätte mir fast zum Verhängnis werden können. Oh, nein. Okay. Au! Au! Autsch. Komm, steh auf. Au! Nein! Was soll denn das denn? Ops, springt. Und rüber. Au! Äh! Bleib oben! Bleib oben! Bleib oben! Bleib oben! Bleib oben! Speedrun! Speed... Ich hab meinen Arm verloren. Alter, 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 alter. Okay. Und jetzt hier? Und jetzt da? Das geht doch wunderbar. Haha, und es reibt sich sogar. Boah. Oh, fuck! Ich hab meinen Körper verloren! Waren da irgendwo Messer? Ich hab's grad nicht sehen können. Oh, hei, ha, hi, ha, hu. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Ich bin gut. Und noch einmal. Hier drauf. Tatsache! Da sind Messer. Ich bin voll reingesprungen. Und das war dumm. Alter, 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 alter. Nein! In der Luft aufstellen. Eine Kunst. Was mach ich denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich wieder so ungeduldig. Einmal durch. Einmal durch. Au! Haha. So macht man das. Komm, ich hier direkt. Guck mal, wie mir das geht. Das geht doch ratzfatz hier. Ich müsste eigentlich nur verdammt schnell hier durchrollen. Und hier springen. Und nochmal springen. Zum Checkpoint. Ich muss nur zum Checkpoint. Check, 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 check. Hallo? Ich dachte schon. Alles klar, Leute. Wo ist das in the house? Und macht hier alles klar. So ist es doch. So ist es doch. Uuuuh. Luft. Speedruns hab ich da nur. Das geht voll ab. Alter, 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 alter. Fuck. Ich dachte, ich schaff's noch. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon. Ja. Was war's? Mein Bein. Egal. Nein, nicht egal. Mist. Man hört es manchmal nur... Zerschneiden. Alter, das ist... Oh, alles dreht sich. Es dreht sich alles sehr schön. Oh. Au. Fuck. Oh, nicht meinen Kopf zermatschen. Gibt mir die Dosen. Okay. Würde das klappen? Es klappt. Es klappt. Es klappt. Boah, die werden so schnell. So läuft das, meine Freunde. So läuft das. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Sechs Minuten dreißig. Wow. Das war richtig tutti-futti, würde ich mal sagen. Level complete. Das nächste. Nummer acht. Eat, 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 eat. Jetzt werden wir gegessen. Wer weiß es schon. Es lädt mit dem bösen Hühnchenblick. Das ist mal ein Beat. Sie wollen mich alle fressen. Au. Das war nicht gemein. Diese verwirrenden Kugeln hier. Spring einfach rein. Leg dich schlafen. So. Na gut. Es geht. Es geht. Keine Sorge. Au. Nein. Oh. Bleib um. Bleib um. Bleib um. Hauptsache du bleibst um. Sonst ist alles egal. Au. Wer lacht denn da so schäbig? Autsch. Steh auf. Komm ich hier rüber? Ja. Ist klar. Kein Problem. Müssen wir jetzt da rein? Ich glaube schon. Au. 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 Autsch. Erst mal schlafen legen. Okay. Okay. Ich glaube wenn wir direkt runterfallen sind wir einfach nur Matsche. Huh. Checkpoint. Au. Ein bisschen den Kopf verdreht. Aber egal. Und wir haben es geschafft. Und zwar in einem Stück. Das ist doch schon mal ganz gut. Und weiter. Wir laufen. Wir laufen. Ich habe vergessen mich zu dupen. Hier muss man sich dupen. Okay. Dupen bringt gar nichts. Sehr gut zu wissen. Autsch. Mitten in die Axt. Einfach mitten in die Axt. Puh. Puh. Ich wippe noch ein bisschen mit. Wah. So läuft es. So läuft es Jungs. Oder auch nicht. Eine fiese Stelle muss ich sagen. Eine sehr fiese Stelle. Das gibt es doch gar nicht. Und ich bin doof. Ich bin doof. Ich bin so doof. So. Ein bisschen mit Ruhe. Mit Ruhe und Gelassenheit bringe ich hier alles hin. Das habe ich doch. Mit Ruhe und Gelassenheit. Klappt alles. Ja, komm. Lecker, happy, happy. Lecker, happy, happy. Yum, yum, yum. Boah, das kloppt eigentlich. Da ist der Checkpoint. Ich lasse mich hier schon mal. Nein. Warum? Warum mag ich das? Ich bin so ein Troll, ey. Du Arschkacke, ey. Mann. Das lief so gut. Komm, mit Gelassenheit und Gemütlichkeit hat es gerade funktioniert. Alter Verwalter. Au. Okay, hier komme ich auch direkt runter. Ich hier. Ich hier. Jetzt aber. Mitten in den Checkpoint. Sehr schön. Und das geht weiter in der Küche. Ich habe es nur wegen den Dosen gemacht. Oh. Hier sind ja auch noch welche. Okay, das war... Nein, 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 nein. So macht man das. So macht man das. Ja, komm hoch. Kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Doch ein Problem. Mist. 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 Ich habe einfach Angst vor den Echsen. Deswegen springe ich schon freiwillig runter, Alter. Doof. Ja. Doof. Was soll denn das? Knapp, aber ist das knapp? Das... Alter, diese Axt. Diese pinke, verkackte Axt. Okay, jetzt, jetzt, das geht so nicht, das geht so nicht. Konzentration. Warum? Warum bleibe ich einfach... Ja, komm, ist mir egal. Manchmal weiß mein Gehirn nicht, was meine Hand tut. Zum Beispiel jetzt. Gehirn sagt, nein. Hand sagt, ja klar, mach mal. Okay. Da hinten ist der Checkpoint, ne? Das kann doch nicht so schwierig sein, hier durchzukommen. Ich sehe ihn doch schon. Ich sehe das rote Männchen. Nein, in den Checkpoint, 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 Checkpoint. Oh. Danke. Danke. Das war so nett. Okay, das ist ein klein wenig creepy. Ein klein wenig. Und jetzt? Runter? Wirklich? Okay. Wir sollen runter. Dann gehen wir halt runter. Das ist... Nein. Oh. Psychoterror. Hops. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fuck. Jetzt aber. Das nächste Schild. Nein. Bleib liegen, bleib liegen. Bleib auf deinem Schädel. Oh mein Gott. Ich will nicht wieder anfangen. So. Die Dosen hole ich mir noch. Und runter. Sehr geil. Kommt hier nicht auch noch irgendeine Gefahr oder so? Nicht? Checkpoint. Was zum Teufel? Wie soll ich hier wegkommen? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Autsch. Okay, das war... Naja, war eh zu, zu... Früh, spät, was auch immer. Keine Ahnung. Ich muss da drauf, aber... Oh. Okay. Hier können wir auch drauf. Die sind Dosen. Da oben ist der ja schon, ne? Nur mal so. Würde das funktionieren? Oh yeah. So macht man das. So macht man das. Und es geht weiter. Mit Level... 9. Der Moonshine Dead Zone. Dead Zone finde ich gar nicht gut. Eine romantische Melodie. Der Psychopath. Und sein Candy Fun Spielzeug. Schaukelpferd. Mit Peitsche. Und die Meerjungfrauen. Die auf ihn warten. Denn es ist er. Und er liebt sein Candy Beer. Ja, nur sein Candy Beer. Und er wartet auf seine Angebetete. Chip Blast. Auf seine Cindy wartet er. Oder auf die Meerjungfrauen. Die ihn übers Meer schiffen. Und er hat Hunger. Auf die jetzt... Candy Würstchen. Die reduziert sind. Mit 10%. Oder was steht da? Ach so. Mit 10% weniger Chemikalien. Natürlich. Natürlich. Alter. Herzinfarkt. Was war das denn? Das können die doch nicht machen. So plötzlich aus dem Nichts. Ich habe gerade noch... Eine schöne Geschichte erzählt. Das geht doch nicht. Das ist ein Licht. Stand glaube ich. Ich muss im Licht bleiben, oder? Kann das sein? Ich habe so das Gefühl, dass das... Licht... Alter, was für ein Kopf. Ich habe so das Gefühl, dass das... Checkpoint. Oh. Fuck you, ey. Das ist gemein. Ich habe gerade das Messer erst gesehen. Messer. Oh. Alter. Machen die einen Dreck? Und die Laser kaputt. Hops. Und. Na okay. Wenn du einmal geschnipselt bist, dann bleibst du geschnipselt für immer. Haha. Ausgetrickst. Alter. Das war ein Hammer. Ein Schaden. Das kommt so plötzlich. Das ist kacke. Alter. Boah. Das... Ausweiskills 9000. Hier kommt gleich doch noch ein Messer, oder? Da ist das schon. Da bildet es herum. Ich war in der Luft. Ich bin gesprungen. Mach mich nicht einfach fertig, wenn ich springe. Oh. Okay. Das... Ist egal. Nein. Boah. Ich dachte, ich wäre schon raus aus dem Radius. Alter, 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 alter. Höh. In die Sonne, in die Sonne. Oder in das Licht, in das Licht, in das Licht. Ich will nicht entschatten. Schatten ist doof. Alter. Okay. Dieses Level... Will einen doch fertig machen. Das macht mich fertig. Lass das Spiel. Lauf. Ich drück doch Laufen. Warum läufst du nicht? Lauf so schnell du kannst, mein kleiner... Zombieman. Ich hab nichts gemacht. Warum macht er mich tot? Üh. Spring. Spring und auf. Lauf um dein Leben. Oh. Üh. Boah. Nein. Nein, 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 nein. Alter. Als Torso bin ich noch ins Ziel gerannt. Oder wenigstens in den Checkpoint. Es ist dunkel. Wo bin ich? Es ist dunkel. Oh. Oh. Wir haben jetzt Leuchtesteinchen. Okay. Das ist interessant. Ist das jetzt sowas wie ein Labyrinth oder so? Das wäre nicht so nice. Okay, ein bisschen kann man die erkennen, glaube ich, oder? So in der Dunkelheit. Doch, da, wo das Licht jetzt scheint. Hier muss ich doch rüberspringen, oder? Kann ich? Hier waren Dosen. So, Abkürzung. Gemeistert. Oh. Okay. Wir bleiben wieder im Licht. Kein Problem. Hops. Hops. Öh. Was? Alter, jetzt. Boah, das ist gemein. Spring. Alter, warum machen wir noch Klötzchen? Du kriegst mich nicht. Au, du kriegst mich doch. Mist. Und spring, und spring, du kleiner Held. Du machst das so schön. Hops, hops. Diese Musik beruhigt wenigstens ein bisschen. Dass man hier nicht ganz so aus der Fassung gerät. Boah. Alter, ich war doch schon fast fertig, glaube ich, oder? Slalom, Slalom. Einfach nur Slalom. Dö, 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 dö. Stille. Nein, es fängt wieder an. Oh, spring, 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 spring. Und der Jack. Und es geht weiter. Über große Blöcke springen wir. Unser Leben hängt. Ja, von ab. Wechsel doch nicht so die Richtung, du Alter. Wo ist Kopf? Heini! Es geht von gelb zu blau. Ein Farbenspiegel der Gefühle. Was? Was laberst du, ey? Alter, komm mal, klau auf dein Leben. Oh, nein! Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Ach ja, die Richtungsänderung. Oh, kann er sich mal entscheiden, der Lichtstrahl? Der ist ja voll hier so am rumhampeln, flitzen, was soll man. Ja, jetzt auch noch so schnell werden, oder was? Hä? Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ach ja, auf dem Stein war ich schon 10.000 Mal. Okay, okay, okay. Jetzt hier hoch, das ist gut. Natürlich. Wenn da eine Dose war, war da auch eine Richtungsänderung. Das ist doch klar. Wo lang, wo lang? Ah, okay, zu gelb. Jetzt hier und bestimmt gleich wieder zurück, oder? Nein. Ich seh's doch schon. Das ist doch alles eine Frechheit hier. Oh, Alter, wie lang geht das denn noch hier? Kann das Level nicht langsam enden? Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Wah! Alter, kacke Wurst. Kacke Wurst, kacke Wurst. Hilfe, 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 Hilfe. Huhu. Oh. Ich seh gar nicht, wo hier alles... Fuck. Du verkacktes Pissdingens... Pfff, das ist grrr. Grrr, echt ey. Alter, ein Meter... Vor dem Ziel. Dass man schon fühlen kann. Man hat es geschafft. Nein. Nein. Mach es dich einfach nochmal fertig. Neu, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Das ist nicht zu verantworten. Das ist nicht zu verantworten. Was ist los? Ich bin... Okay. Skiller. Ich bin einfach Skiller. Das hat man jetzt gesehen. Ich war... Alter, fick dich. Ich wollte gerade noch was erzählen. Dann halt nicht. Dann springen wir halt runter. Ah! Er gehört unter dem Radar. Drunter hergekrochen. Der hat nicht gecheckt, dass ich beinlos im Schatten liege. Das ist doch mal gut. Oder wir haben einen kleinen Bug entdeckt. Das könnte auch gewesen sein. Aber der kommt einem zugute. Yeah! Wir haben es geschafft. Elf Minuten. Was? Ich nehme jetzt schon eine Stunde. Was auf? Okay, das Spiel ist wirklich ein Spiel, an dem man sich fest suchten kann. Yeah! Und wisst ihr was? Vielleicht schneide ich noch was aus den anderen Leveln zusammen. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt so... Ob das so entertaining... Was? Entertaining mäßig was wäre. Oder so... Ich weiß nicht, ob das was wäre für meinen Kanal. Oder sonst was. Ich bin so ganz verwirrt damit. Ben, dann gebt mir mal Feedback, ob so ein Spiel gut ist. Oder einfach so zusammengeschnitten, wie ich das jetzt machen werde. Wahrscheinlich. Und ja... Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel, wenn ihr das auch zocken wollt. Und ich verlinke das alles wieder unten in Beschreibung, wie immer, ne? Und so. Ist einfach geil. Ich glaube auf Steam für ein paar Euro gerade erhältlich. Ist gut. Von drei kleinen deutschen Entwicklern gemacht. Nochmal so zur Info. Von drei Deutschen gemacht, die ein kleines Entwicklerstudio haben. So, Mann, Junge. Erklär das doch mal ordentlich. Was bin ich denn für eine Pappnase gerade? Auf jeden Fall, äh... Ja. Mal sehen. Vielleicht schneide ich noch ein paar Szenen jetzt hinten zusammen. Weil ich glaube, so ging das eigentlich ganz gut in einem Rutsch durch. Ich werde das noch irgendwo kürzen, bestimmt. Weil ich wollte eigentlich eine Folge jetzt raushauen. Das werde ich, glaube ich, auch machen. Ich werde das noch ein bisschen zusammenschnippeln. Also, äh... Danke fürs zu... Dabei sein, zu zuschauen und... Ja. So weiter. Ihr wisst Bescheid. Danke, dass ihr da seid. Und, äh... Bis zum nächsten Mal bei einem nächsten Spiel. Outlast läuft ja auch noch, ne? Schaut da mal rein. Das ist geil, das Spiel. Also, äh... Tschö. Und bis demnächst. Die Cyberwurst sagt Tschau. Die Cyberwurst還 созд Storytel beendet. Und bis zum nächsten Mal bei einemорошerfest. Tschö. Untertitelung des ZDF, 2020